So, Nagel noch nicht benutzen. Aber wir haben jetzt hier glaube ich alles, ne? Jetzt können wir zum Boss. So, einmal hier lang. Ach du Scheiße. Wow, was ich jetzt hier Schaden bekommen habe, ne? Das ist nicht mehr feierlich. Aber ich hasse den sowieso. Zum Glück hält der mit dem Messer nicht viel aus. Ah, wir haben einen Arcade. Gesterben. Ichit, ichit. Ichit, ichit. Da. Ja. So. Run down, zocken. Viel haben wir zwar nicht zum Zocken, aber... Ne? Oh, ne dritte Pretty Fly. Ein Bömbchen. Money. Okay, so, dann sind wir wieder voll. Ach du Scheiße. Ne, wir sind noch nicht voll. Oh, wir hätten hier auch noch einen Shop, ne? Ein guter Freund, ich bräuchte Herzen von dir. Na klar, das dritte Mal Schlüssel. Und er gibt mir das dritte Mal Schlüssel. Hey, du wirst mich doch verarschen, oder? Ich wollte gerade sagen, ne? Das wäre dann... Vier Mal nacheinander war es sowieso der Schlüssel. Und drei davon hat er mir gegeben. Okay. Aber ich glaube, er möchte mir das Kartal oder so nicht geben. Oder Herzen heute irgendwie. Komm, rück raus jetzt. So, komm schon. Schlüssel. Mhm. Okay. Das soll es dann vorerst erst mal gewesen sein. Boah, ich hätte so gern Skatol. Lass das jetzt. So, Pille. Super. So, was hätten wir denn hier? Teleport. No. Blaze says no. Zu diesem Item. Das möchte er nicht haben. Okay, dann sollten wir vielleicht noch kurz in den Geheimraum gucken. Oder waren wir da schon drin? My little unicorn. Ich hätte eine Idee. Ich hätte eine Idee, was wir denn noch machen könnten. Kostet mich zu zwei Bomben, aber... So, dann hole ich mir meinen Nagel wieder. Und dann werden wir uns mal so ein bisschen in Richtung des Shops begeben. Wie gesagt, vielleicht kriegen wir irgendwie noch The Habit oder so, dass wir bei jedem Schaden dann quasi eine Aufladung bekommen. Oder eine halbe Aufladung ist es ja dann eigentlich schon. Also, die Kohle hätten wir schon mal. Und falls es im Shop nix gibt... werden wir quasi... Ja. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Aua. Mann! Greed, okay. Mehr Kohle zum Zocken. Vielleicht kriegen wir doch noch Skatol oder ein Bloodbag. Das wäre natürlich nice. Zweimal schon Greed hier im Shop. Fand ich nicht nett. Hm. Hm, 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 hm. So, mein Freund, komm mal her. Ich zock mal weiter an dir. Boah, sag mal, bist du heute, 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 heute der Schlüsselmeister oder wie? Na, jetzt gibst du mir den. Mhm. Skatol. So, dann werde ich aber trotzdem nochmal hier spenden. Warte möchte ich mich aber nicht runter spenden, ne? Das kommt nicht gut. Aber Skatol ist schon mal sehr nice. Das ist wirklich nice. Oh, ist das jetzt angenehm. Zack. Zack. Denn die ganzen Fliegen gehen jetzt an meinen Pretty Flies kaputt. Und nur die Spinnen nicht. So. Zack. 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 Raus hier. Dankeschön. Karte The Devil. Also, die zwei Münzen. Oh Gott. Sind's auf alle Fälle nicht wert. Oh, der Bloody Penny. Eins, zwei, drei, vier. Wenn da nur ein Raum dabei ist, ne? Wo keine Monster sind, dann habe ich ein Problem mit dem Nagel. Bleh. Oh, der Bloody Penny wäre schon auch nice. Aber so lange habe ich den nicht mehr, ne? Oh ja. Wie ich euch doch hasse. Können vielleicht auch mal wieder andere Räume kommen? Ne, ich lasse das Ding mal da. Ich müsste es sowieso bald ablegen. Oh ja, klar. Also, wenn ich hier nicht fliegen könnte, wäre ich hier voll gearscht. Oh, das ist natürlich auch nice. Komm mal her, du. Pushpin. Nein, danke. Rusted Key möchte ich auch nicht haben. Ne Karte. Justice. Komm mal her. Komm mal her, Justice. Noch ne Karte. Der Tod. Und Seelenherz ist auch nett. Lol. Ich glaube, ich nehme mir die mit. Ich werde den jetzt nochmal benutzen. Zack. Und werde mir die hier mitnehmen, weil, ihr wisst ja, ne? Jawohl, wir haben Karte und Kompass, ne? Aber dann werde ich die trotzdem einbenutzen. Das war jetzt ein bisschen... Zack. Justice. So, und dann nehmen wir die mit, nehmen wir den wieder mit. Und rein da. King vs. Mom. Isaac. Isaac! Isaac! Okay, zwar ein bisschen Schaden genommen, aber... Damage Upgrade. So, was war das jetzt? The Lovers. Okay. Nehme ich mir lieber The Lovers mit. So. Wir müssen... Oh, wir können hier richtig abkürzen, Leute. That's key. Ne. Wir können hier richtig abkürzen. Das gefällt mir. Ja. Nein, daneben. Ha. Okay, ich habe zwar jetzt für den Boss meinen Nagel nicht. Der Headless Horseman. Ne, brauche ich eigentlich nicht. Ich kann ja fliegen. Lass das und geh sterben. Man sollte mit dem Messer auch treffen. So. Ach ja, was ich mal schauen wollte. Okay, wir sind jetzt auf 5 Damage. Das ist schon mal nicht schlecht. So, was hätten wir denn hier drin? Oh, das Mal, ne? Noch mehr Damage. Ich glaube, ich nehme mir das mit. Ich nehme mir das mit. Haha, wir sind voll. Wir sind voll. Wir haben Power. So, jetzt dürfte das Messer eigentlich schon richtig gut Schaden machen. So, wir müssen einmal hier rein. Wir gehen einmal hier wieder raus. Geht nicht. Ach ja. Da war ja was. Aua. Kommt, ich pikse euch ein bisschen an. Oh Gott. Nö. Oh, da ist ja genau der richtige Automat. Ach ja, stimmt ja. Die Fliegen tun mir ja nichts mehr. Oh. Tour of Hearts. Warte mal. Wir haben doch hier so Lovers dabei, ne? Zack. Also, das ärgert mich ja jetzt schon ein bisschen, ne? Das ist das Falsche, mein Freund. Schon wieder? Okay. So, das Polaroid natürlich wieder mitnehmen. Und raus hier. Äh, ach so. Du. Nein, ich will doch raus hier. Oh, das hätte ich noch nicht mitnehmen sollen. Doch, hätte ich, weil ich ja nicht mehr rauskomme hier. Danke, Fliegen, fürs Blocken. Nein! Oh Gott. Oh Gott. Ich stelle mich an zwei Herzen hier in dem einfachen Raum verloren. Ich möchte doch das weiße Herz behalten. Oh, hallo, Bettler. Ich habe ganz viel für dich. Ich habe ganz viel für dich. Komm, gib mir was. Gib mir was. Gib mir was. Ja, so ist gut. Mehr. Mehr, mehr. Nein, das nicht. Komm, 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 komm. OP Damage Item. OP Upgrade. Irgendwas. Boah, der nimmt aber, der nimmt aber ja gut. OP Upgrade. Perfekt. So, rein da. It lives. Oh yeah. Das war natürlich super. Aber, gute Damage. Sehr guter Damage. Das nehmen wir uns natürlich noch mit. Ab in die Kathedrale. Happy Upgrade. Nur mal Interesse halber. Geld. Und hier konnte ich mich ja, glaube ich, auch nicht durchspringen, ne? Doch, ging. Kann ich einen Raum überspringen? Oh, ihr seid so krank. Ich würde mir gerne den Nagel für Isaac aufheben. Wird ich auch, glaube ich, machen. Komm her. Okay. Letzter Raum für Isaac. Und es muss natürlich er sein. Du gehst jetzt erst mal sterben. Kane vs. Isaac. Weg. Ja. Ja. Ja komm, nervt mich doch nicht. Ja, nicht zu mir porten. Okay. Wow. Lief gar nicht schlecht. Lief gar nicht schlecht. Blech. So, zack. Ohne Lust. Ich bin noch ein bisschen langsam. Gluten-Toni, lass das. Oh. HP Upgrade. Ohne. Den behalten er. Ohne, zuerst den hier. Oha. Aua. Oho. Okay. Mitte. Unten. Oben. Pam. Boah, ich muss dieses Würmlein hier loswerden. Dankeschön. Oh Gott. Zum Glück hatte ich meine Tour of Hearts. Die wollte ich mir eigentlich für den Boss aufheben. Na klar. Aber den hatten wir doch das letzte Mal erst Vergnügen. Oh Gott. Oh Gott. Oh, zwei Herzen. Dankeschön. Wieso? Wieso du? Geh sterben. Gar nichts los. Ab zum Blue Baby. King vs. Blue Baby. So, wir bleiben hier einfach stehen. Und werden das jetzt so machen. Die Fliegen tun uns nichts. Wir beeilen uns. Vier Herzen. Und tschüss. Haha. Ich muss ja echt mal sagen, ne? Ich gucke jetzt mal so auf die Uhr. 40 Minuten, ne? War ein schneller Run. Lag aber mit an dem Messer, an der Karte, am Kompass. Wir haben nicht alles mitnehmen müssen. Hingen nicht lange im Arcade rum, weil uns die heute nichts geben wollten. Und ja, ich hoffe natürlich dennoch, euch hat es gefallen. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann zur nächsten Folge von The Binding of Isaac. Objek. Objek.